Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung, hier zur dritten Folge im Hearts of Iron 4 Let's Play mit der Sowjetunion. Ja, wir haben den 21. März 1936, genau um Mitternacht und ja, vor kurzer Zeit hat sich hier in Äthiopien die Lage international zugespitzt, Italien greift nun an. Die hatten sich ja zuvor schon hier dieses Gebiet des Sultanat Außer einverleibt und sind jetzt hier weiter auf dem Vormarsch in Äthiopien. Das hält so ein bisschen die Weltgemeinschaft zumindest ein Stück weit in Atem. Ich glaube, in der Sowjetunion ist das eher so gar kein Thema. Das interessiert, glaube ich, hier fast niemanden. Aber trotzdem mal ganz interessanten Blick drauf zu werfen. Ja, worüber werden wir heute sprechen? Wir werden noch ein paar Themen neu ansprechen. Es geht auch noch mal um ein paar Schwerpunkte. Das mache ich aber dann während des Gameplays und auch um die Forschungen. Ich habe hier schon die nächsten drei sozusagen im Petto, weil die ersten bald fertig sind. Wir können jetzt aber erst mal ein bisschen Zeit laufen lassen und währenddessen ein bisschen was zu dem Bereich Gesetze, Regierungen und diesem ganzen Bereich der politischen Machtpunktausgaben sagen. Das erste, was ich mit euch besprechen will, ist der Bereich der Wirtschaftsgesetze. Wir sind hier gestartet mit Zivilwirtschaft und ich habe jetzt vor, dass wir stückweise bis zur Teilmobilmachung hochgehen. Und zwar schrittweise je nach außenpolitischen Entwicklungen. Ich habe mir überlegt, es wird wahrscheinlich spielerisch aus unserer Perspektive am ehesten Sinn geben, dass wir so langsam Richtung Kriegswirtschaft wandern. Erstmal, wenn es sich hier um den Spanischen Bürgerkrieg und unsere zunehmende Unterstützung über Material und Freiwilligen geht, die wir dorthin schicken, dann werden wir schauen, dass wir die 150 Punkte hoffentlich haben für die frühe Mobilmachung. Und später, wenn dann, ich vermute mal, das wird nicht verkehrt sein, wenn man 1938 in einem Zeitrahmen des Münchner Abkommens unterwegs sein wird, dass man dann sogar auf die Teilmobilmachung geht. Warum? Einfach ganz leicht erklärt, die Bedrohungslage durch den Faschismus, der natürlich hier gesehen wird auf Seiten der stalinistischen Regierung, der wird dieses langsame schrittweise Umdenken, für mich zumindest, nötig machen. Und die Kriegswirtschaft werden wir am Ende auch noch erreichen. Die allerdings befindet sich hier ganz praktischerweise kostenlos im Bereich des Schwerpunktbaums oder der Schwerpunktbäume und zwar hier unten. Kriegswirtschaft, die wird dann automatisch etabliert, sobald wir das abgeschlossen haben. Aber ihr seht schon, wie viel dann noch gemacht werden muss in zwei Baumreihen. Das wird also bestimmt bis 1939, habe ich mal so geschätzt, dauern. Dementsprechend macht es schon durchaus Sinn, vorher hier schrittweise durchzugehen. Warum? Wir verlieren einen Anteil der Fabriken, die uns für Konsumgüter gesperrt werden. Das heißt, wir können mehr Fabriken zum Bau zum Beispiel anderer Fabriken, Infrastruktur und Eisenbahnstrecken verwenden, was ganz interessant ist. Und wir werden allgemein in der Baugeschwindigkeit der Fabriken immer schneller werden. Wir sind aktuell bei minus 30 Prozent Verlangsamung, werden auf minus 10 gehen beim nächsten Gesetz, beim übernächsten schon auf, also eine Reduktion der Geschwindigkeit um 10 Prozent. Also es gibt immer einen Unterschied von 20 Prozent pro Stufe. Und wenn wir dann 1939 irgendwann in der Kriegswirtschaft ankommen, dann werden wir sogar 20 Prozent schneller Militär- und Zivilfabriken jeweils bauen. Und auch der Umbau wird jeweils günstiger. Das heißt, das werden wir auch nutzen können. Und die Fabriken für Konsumgüter werden dann schrittweise um jeweils 5 Prozent runtergesetzt. Und das seht ihr hier aktuell. Aktuell haben wir hier 59 Zivilfabriken. Durch Exporte wird uns hier einiges aktuell auch weggenommen. Und da wir 40 Prozent sperren müssen für Konsumgüter, sind das 37 von 59 Fabriken, die uns eben für den Bau nicht zur Verfügung stehen. Das ist unser großes Problem, weswegen ich da so zügig auch handeln will. So, das ist das eine. Dann habe ich mir überlegt, dass wir bei den politischen Beratern früh aktiv werden. Und zwar so früh wie möglich werden wir uns hier Mikhail Kalinin, die populäre Galleonsfigur, holen. Der ist sozusagen das eigentliche Staatsoberhaupt, weil er die tatsächliche positionelle Nachfolge Lenins angetreten hat. Und ab 1924 ist ja Lenin gestorben. Und ja klar, Stalin war von Anfang an der Generalsekretär und der nominelle Führer, wenn man so will. Dann hat er sich ja auch in den nächsten vier Jahren, knapp fünf Jahren dort etabliert an der Spitze. Aber Mikhail Kalinin, das ist eigentlich der Weggefährte Lenins auch gewesen. Und eben diese Galleonsfigur, eigentlich derjenige, der die diplomatischen Grüße bekommt von auswärts und so weiter. Also der hat eher eine repräsentative Funktion in dem Sinne. Und er steht auch überall als Unterschreiber von allen möglichen Erlassen und Gesetzen drin. Also hat überall seine Unterschrift unter klatschen dürfen, Schrägstrich müssen. Auch bei den ganz schwierigen Geschichten, wenn es nachher um die großen Säuberungen geht. Auch ganz spannend. Der ist aber für uns deswegen jetzt ingame so wichtig, weil er uns 15 Prozent Stabilität gibt. Das ist so wertvoll für die Fabrikleistung und für unseren Machtzuwachs in den Politikpunkten, die wir auch dringend brauchen. Dass ich den auf jeden Fall hier als Berater mit einstellen will. Berater von Stalin eher weniger, sondern einfach eine Figur, mit der er sich dann sozusagen umgibt. Eine Person, die eben nach außen repräsentiert und für mehr Stabilität sorgt. Den Typen hier, Henrik Yagoda übrigens, das ist hier eine Spezialmechanik im Spiel. Den können wir nicht einfach so ersetzen, sondern Henrik Yagoda bleibt bis zum Abschluss der ersten großen Säuberung erhalten. Und wird dann zum zweiten Moskauer, zu den zweiten Moskauer Prozessen selbst angeklagt, historisch, weswegen er ausgetauscht wird mit, ich glaube der nächste ist dann Nikolai Yezhov. Das ist dann der eigentliche große Säuberungsinitiator und Durchführer, vor allem nicht Initiator, der Durchführer als zweiter Kopf des NKWD. Das ist der richtige Bad Boy, wenn man so will. Und am Ende, ich meine, die tun sich alle nicht viel, die Chefs des NKWD in ihrer Bösartigkeit und Brutalität. Und der wird dann irgendwann, glaube ich, Ende der 30er Jahre auch wiederum von Lavrenti Beria dann abgelöst. Nach Abschluss einer der großen Säuberungen verliert auch Yezhov irgendwann das Vertrauen, ich glaube nach dem dritten Prozess, irgendwann, keine Ahnung. Dann kommt auf jeden Fall Lavrenti Beria. Also die können wir sowieso nicht wechseln, sondern das wird tatsächlich, ähm, das wird tatsächlich hier automatisch passieren. Ähm, so dass wir hier, ähm, ja, ersetzt oder entfernt werden. Da muss ich mal gucken, ähm, da müssen wir wahrscheinlich aber auch Punkte ausgeben, da müssen wir mal gucken, wie das genau mechanisch funktioniert. So, das ist erstmal das. Ähm, der zweite Berater, den ich aber erst so im Jahr 38 anpeile, weil das auch historisch ganz gut passt, das ist Nikolai Woznesenski. Und der wird tatsächlich zum, ähm, zum Chef, äh, insgesamt der, ähm, na wie heißt es denn, der sogenannten, oder des sogenannten Gosplan. Das ist also sowas wie die staatliche Plankommission, ähm, die in dem zentralistisch geführten, ähm, Staat natürlich hier eine ganz große Rolle spielt bei der Umsetzung der, äh, Fünfjahrespläne. Und er wird zum Chef, er hat einen ziemlich meteorhaften, ähm, Aufstieg hinter sich, Anfang der 30er Jahre bis dann eben 1938. Und er profitiert ganz stark in dieser Organisation des Gosplan eben von den stalinistischen Säuberungen und kommt dann eben an die Macht dieser Organisation. Und deswegen macht es auch Sinn, den hier als Berater, finde ich, hier einzuführen. Und ihr seht auch, Verzeihung, das gibt uns nochmal Baugeschwindigkeit, zum Beispiel für die Zivilfabriken, nicht für die Militärfabriken, aber für Infrastruktur, für Raffinerien und Eisenbahnen. Das, das, ähm, ja, baut nachher, diese Boni bauen ja nachher aufeinander auf. Und das gibt uns die Möglichkeit hier bei dem Bauvorhaben ein richtiges Powerhouse noch zu werden, damit wir bis zum Krieg besser, äh, damit durchkommen. So, jetzt geht es los, jetzt muss ich auch ein bisschen was dazu erklären, mit dem, mit diesem Paranoiasystem. Also, Josef Stalin ist besorgt wegen des Fraktionalismus, also es geht um diese, ja, es geht um die Factions, es geht um die, die Parteiflügel, könnte man sagen. Den linken Flügel, äh, den trotzkistischen Flügel und auch später dann um den rechten Flügel rund um Bukarin. In einer Sitzung des Zentralkomitees hat Genosse Josef Stalin kürzlich den wachsenden Faktionalismus innerhalb unserer Partei kritisiert. Es haben ihm zwar eilig alle Mitglieder des Komitees ihre vollständige und bedingungslose Unterstützung zugesichert, doch das scheint seine Sorge nicht beschwichtigt zu haben. Laut Genosse Josef Stalin müssen wir uns stets vor Saboteuren und Intriganten hüten, die gegen den Staat agitieren, in welcher Position sie auch, sie sich auch befinden mögen. Diese Nachricht kommt für viele in der Partei vielleicht etwas überraschend. Waren sie doch bisher überzeugt, dass die Gefahr einer Aufspaltung der Partei mit Trotzkis Flucht ins Exil gestorben sei? Naja, von einer Flucht zu sprechen ist ja auch ein bisschen euphemistisch. Verzeiht, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ab und zu muss ich nochmal husten. Da hatte sich tatsächlich beim letzten Aufnehmen schon eine Erkältung angekündigt. Jetzt ist sie am Abklingen, aber ich werde das wohl irgendwie ein paar Minuten noch aushalten. Während ich das sage, muss ich vielleicht doch eine kurze Pause einlegen. Ich glaube, ich habe gerade was direkt auf den Bronchien liegen. Das fühlt sich ganz trocken an. Ich muss mal kurz was trinken. Ich bin gleich wieder bei euch. Moment. So, liebe Leute, da bin ich wieder zurück. Die Stimme hat mich wieder. Da musste einfach ein bisschen Flüssigkeit zum Rachen und zu den Bronchien gehen. Dann geht es jetzt erstmal wieder. Ja, also ich war stehen geblieben hier beim Faktionalismus von Stalin bei dieser Nachricht hier. Und Trotzkis Flucht ins Exil, naja, wie gesagt, sehr euphemistisch. Also es gibt jetzt dieses Paranoia-Game-Mechanik-System. Wird jetzt freigeschaltet in der Sowjetunion. Und dieses System habe ich hier linked schon mal bei Ereignisse geöffnet. Und das ist neu seit No Step Back. Also seit 2021 ist es, glaube ich, im Spiel integriert. Im Rahmen dieses DLCs No Step Back eben. Und das ist eine ganz interessante Mechanik. Erstmal ist das System jetzt aktiv. Ihr seht es auch links. Und wir haben bestimmte Entscheidungen in diesem Bereich frei, die wir jetzt durchführen können, um sie zu verringern. Möglicherweise. Bei manchen Dingen kann es auch nicht zu einer Verringerung kommen. Das ist dann so ein Wahrscheinlichkeitseffekt, den wir uns gleich hier nochmal angucken können. Stalin selbst sorgt generell dafür, dass die politische Propaganda, äh Propaganda sei schon Paranoia, um einen Prozentpunkt pro Woche ansteigt. Und aber auch das ideologische Beeinflussungsmodifikator hier um zehn Prozent steigt. So, dann alle politischen Berater mit der Eigenschaft Kopf des NKWD erhöhen die politische Paranoia pro Woche. Bei uns ist das ja aktuell der erste NKWD-Chef, der hier in den Säuberungen eine Rolle spielt, nämlich Genrik Jagoda. Der erhöht diesen Wert um ein Prozent. Im Übrigen weiß ich schon, da ich ein bisschen reingeguckt habe in das System, die nächsten beiden, steht hier, erhöhen diesen Wert um zwei politische Paranoia pro Woche, nicht mehr um einen. Also sobald Genrik Jagoda selbst mit auf der Anklagebank sitzt und wir diesen Posten wechseln, wird das hier noch ein bisschen, wenn man so will, schwieriger, das ganze System. Denn politische Paranoia ist deswegen interessant, das können wir hier links in dem Tooltip sehen. Jetzt fragt mich nicht genau, was in diesen zufälligen Säuberungen passiert. Ich glaube allerdings, dass dort random einer oder mehrerer von politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Charakteren im Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob das bis in die oberste Ebene reinreicht. Also ob ja quasi hier beim Militär auch Feldmarschelle, also so richtige Großanführer drin sind, ob das Divisionskommandeure nur betrifft oder, oder, oder. Denn die haben wir ja auch. Wir haben ja hier Generäle, also zum Beispiel den Feldmarschall Klimen Voroshilov und, sagen wir mal, General Timoschenko. Und dann haben wir aber bei jeder Division auch nochmal, jetzt seit No Step Back, auch diese Divisionskommandeure. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, beziehungsweise weiß nicht auswendig, was jetzt ab 25 für Säuberungen kommen. Sind das dann nur die ganz kleinen? Percht man uns hier auch schon Berater direkt weg? Das weiß ich nicht. Das ist aber auch so ein bisschen die Geschichte bei dem System. Auch historisch kann man das jetzt ja noch nicht kommen sehen, was dann passiert. Wichtig ist aber, game-mechanisch, je höher die Paranoia und je mehr Tage sie schon so hoch ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Säuberung kommt. Also, zufällige Säuberungen haben einen Richtwert, der überschritten werden muss, nämlich 25, sonst gibt es, soweit ich das jetzt zumindest verstehe, gar keine Säuberung. Wenn wir aber über 25 kommen und umso länger wir da drüber bleiben, dann steigt auch mit diesem Wert die Wahrscheinlichkeit an. Und wenn die Paranoia über den Wert 75 steigt, dann kann es zu einer großen Säuberung kommen. Und das ist wirklich zentral, weil große Säuberungen müssen ja im Prinzip die nächste Stufe sein. Wir wissen ja, dass es hier diese Geschichten gibt, nämlich die Moskauer Prozesse. Und dann wird automatisch, ihr seht auch hier, was hier passiert, die politische Paranoia steigt dann zum Beispiel um 30 direkt an. Und es gibt automatisch eine nicht vermeidbare große Säuberung durch dieses Ereignis im Schwerpunktbaum. Das Ganze haben wir dreimal insgesamt. Nein, viermal sogar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die drei Prozesse plus die militärische Verschwörung ist auch nochmal extra. Und jedes Mal wird das Ganze hier, die Paranoia, extrem erhöht. Und ja, man kann jetzt da so ein bisschen gegenarbeiten. Allerdings begrenzt. Was wir machen können? Wir können durch Ausgabe von eigentlich sehr wichtigen politischen Machtpunkten, zum Beispiel zufriedenstellende Produktionsberichte erzwingen. Einmal erstmal, dann verringert sich die politische Paranoia erstmal grundsätzlich um 20. Da kann man das so ein bisschen beruhigen. Allerdings ist die Entscheidung nur nach 180 Tagen erneut zur Verfügung stehend. Also nach einem halben Jahr. Und ein halbes Jahr hat irgendwas mit über 25 Wochen. Wie viele Kalenderwochen sind das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr als 25. Die, dass dann sozusagen gesperrt ist. Also diese tolle, einfache Option, diese Produktionsberichte so ein bisschen zu beschönigen sozusagen, die ist nur alle halbe Jahr verfügbar. Egal wie hoch seitdem hier diese Perch-Geschichte hochgegangen ist. Oder auch durch das generelle Ansteigen jede Woche 2%. Das haben wir also nur einmal alle halbe Jahr. Dann können wir Inspektionen durchführen. In der Verwaltung, in der Armee, der Marien- und der Luftwaffe. Nur hat das gewisse Wahrscheinlichkeiten. Das ist sieben Tage aktiv. Und einer von drei Effekten nach diesen sieben Tagen tritt ein. Entweder wird ein Berater des Hochverrats beschuldigt. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Genrik Jagoda dann theoretisch auch schon früher dran sein kann. Denn das ist ja einer unserer wenigen Berater, die wir bisher ernannt haben. Oder Drittelwahrscheinlichkeit, Verschwörung unter Beamten. Was da im Ereignis passiert, weiß ich nicht. Ich kenne die Ereignisse auch noch nicht. Das ist ja das Interessante daran. Oder 33% Wahrscheinlichkeit, Abtrünnige in der NKWD. Und dann verringert sich die politische Paranoia. Wenn ich das aber richtig lese, verringert sie sich nur um 10, wenn wir das Dritte bekommen. Also ein Drittel Glück haben sozusagen. Wenn wir aber zwei Drittel Pech haben, wenn ihr mich versteht, dann haben wir überhaupt keine Verringerung der Paranoia. Und haben im Prinzip 50 Punkte mit einem Negativ-Effekt ausgegeben. Aus Game-Mechanischer Sicht betrachtet. Das ist ein ganz interessantes dynamisches System. Und es wird super, super interessant jetzt werden. Also, sind seine Sorgen denn tatsächlich begründet? Nun ja, wir werden sehen, liebe Leute. Wir werden jetzt ja auch mit dem Fokusbaum-System uns da gleich nochmal unterhalten. Wir hatten ja schon gesagt, nach internen Angelegenheiten wollen wir definitiv erstmal die Com-intern hier abschließen. Die ist ja sowieso schon relevant in den 30er Jahren, bevor wir unter anderem auch sowas wie die Stalin-Verfassung gehen. Das kann ich euch schon mal sagen. Vorher werden wir versuchen, wenn es eben geht, nochmal die Flüge über die Polarroute zu machen. Ich habe also die Reihenfolge schon ein bisschen abgeändert. Weil wir schaffen sonst gar nicht mehr, alles einigermaßen historisch durchzuboxen, wie wir das eigentlich müssten. Denn dieses Sinovjevsche Terrorismuszentrum, schwierig auszusprechen für mich, mit der ersten großen Säuberung, das ist eigentlich, das findet schon im August 36 statt. Wir haben jetzt schon den 6. April und wenn wir vorher 70 Tage lang an der Stalin-Verfassung noch rumforschen müssen hier, rumarbeiten müssen. Was historisch ein bisschen merkwürdig ist, weil die Verfassung wird erst im Dezember 36 ratifiziert. Klar wird die vorher ausgearbeitet. Ich vermute, wir arbeiten die dann einfach in diesen 70 Tagen aus. Und danach geht es im August dann zumindest hier historisch an diesen ersten Moskauer Prozess. Der ja den interessanten Hintergrund hat, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Genosse Kirov wurde im Jahr 34 ermordet, ein vertrauter Stalins. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Wir haben erstmal eine Forschung abgeschlossen, Elektrotechnik die erste. Und werden jetzt den Funk abschließen, obwohl wir Funkgeräte bei Panzern schon längst einbauen können. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob in eurem Vanilla-Game, falls ihr keine Mods nutzt und ihr ein Vanilla-Game habt und ihr habt wirklich keine Mods installiert oder abonniert und ihr startet das Spiel als die Sowjetunion, Ist es bei euch auch so, dass ihr bei allen möglichen Vorlagen im Panzer-Designer bereits ein einfaches Funkgerät einbauen dürft? Ja oder nein? Ich bin daran interessiert, denn bei mir darf ich das hier im Spiel, aber nur mit der Sowjetunion. Also kein anderer Staat auf der Welt darf das. Ich habe das durchgecheckt zum Beispiel mit Italien. Italien hat diese Technologie hier Funk auch nicht 1936 am Anfang erforscht. Und in deren Panzern kann ich auch kein einfaches Funkgerät einbauen. So, wir forschen das, aber ich zeige es euch nochmal, damit ihr mich nicht für völlig wirr haltet, wenn ich hier einfach nur ein Chassis auswähle. Hier bauen wir irgendeine Kanone rein, ist egal. Ich kann hier ein Funkgerät auswählen. Obwohl das, und ihr habt es eben gesehen, ich bin jetzt wirklich nicht doof, aber es geht mir tierisch auf die Nerven. Das ist eigentlich verschlossen hinter dieser Forschung und es ist es aber bei mir nicht. Und dasselbe habe ich festgestellt im Bereich der Panzerung beim einfachen Panzerschutz, der zwei Dinge tut. Das seht ihr hier links. Einerseits ermöglicht er bei der Panzerung Verbesserungswerte von 5 und mehr. Das stimmt auch. Ich habe das noch nicht erforscht und ich kann keine Verbesserungswerte 5 und mehr einstellen bei meinen Vorlagen. Das ist korrekt, aber es ermöglicht auch dieses Modul geschweißte Panzerung. Und ich habe das noch nicht, aber kann in meinen Panzermodellen überall geschweißte Panzerung einbauen. Auch da wieder, ich bin nicht blöde, ich lüge euch hier nicht an. Ich gehe hier rein, zack, geschweißte Panzerung, zack. Ich kann es mir nicht leisten, weil es zu teuer ist, aber ich dürfte es einbauen. Warum? Fragt die Designer oder es ist ein Konflikt mit irgendeiner alten Mod, die nicht richtig aus dem Spiel gelöscht wurde. Obwohl, ich habe ja durch Festplattenprobleme eigentlich das Spiel komplett neu installiert. Da war nichts Altes mehr drauf und dann die Mods nochmal zusätzlich drauf installiert. Also, da kann kein alter Datenüberrest mehr gewesen sein in der ganzen Installation. Es ist super merkwürdig, ich will euch damit nicht länger volllabern, aber es ist super, super strange, warum diese Sachen schon da sind. Ich sie nehmen kann, obwohl sie eigentlich hinter einer Forschung verschlossen sein müssten, wenn ihr mich versteht. Ganz merkwürdig. Naja, gut, das haben wir schon mal gemacht. Okay, gut, dann sind wir noch bei den internen Angelegenheiten. Da war ich, glaube ich, auch dabei, dass wir das schon mal ein bisschen so vorab geschätzt haben. Also, ich musste einiges jetzt hier. Rote Flotte habe ich zum Beispiel 36 schon mal ganz rausgeschmissen. Die passt nirgendwo mehr rein. Hier müssen wir eigentlich auch vorankommen, um 37 den Fünfjahresplan, hier den zweiten, abzuschließen. Da verbergen sich ja auch nochmal Zivilfabriken hinter. Hier Zivilfabriken, die brauchen wir natürlich auch jetzt für unseren Gesamtausbau. Also, ja, das ist insgesamt hier alles sehr, sehr wichtig. Und es ist sehr schade, dass wir hier so viele Fabriken durch Exporte verlieren. Aber das ist eben Exportwirtschaft, ne? Gut. Dadurch ist die Bauzeit hier dann doch erhöht. Aber das können wir dann derzeit leider nicht anders managen. Von der Exportwirtschaft werden wir übrigens erst willkommen allmählich, sobald wir Teilmobilmachung haben. Also, auch das wird sich dann nach dem schrittweisen Übergang auf die Teilmobilmachung erst ändern lassen. Damit müssen wir einfach dann aktuell leben. So, das waren so die wichtigsten Sachen, die ich hier nebenbei noch erklären wollte. Jetzt können wir, glaube ich, die Geschwindigkeit mal ein bisschen erhöhen. Genau, was ich noch machen wollte. Industriekonzern möchte ich dann möglichst zeitnah hier Traktorenwerk Stalingrad einrichten, weil wir halt laufend werden wir in der Industrie forschen. Wir werden eigentlich hier Maschinenwerkzeuge, konzentrierte Industrie eigentlich fast laufend nehmen. Ich werde jetzt gleich erstmal aufs Bauwesen umschwenken, weil wir auch da wieder Fabrikbaugeschwindigkeit 10% erhöhen. Das ist ganz nett als Zusatzbonus hier. Ja, gucken wir nebenher doch mal, was in Äthiopien so los ist. Wir sehen, hat sich ein bisschen was getan. Ich glaube, dieses Gebiet haben sie noch erobert. Aber ansonsten hat sich gar nicht so viel getan. Wir haben uns jetzt um interne Angelegenheiten gekümmert. 50 politische Machtpunkte erhalten und 10% Basisstabilität. Immerhin. Ja. Und jetzt, wie ich schon sagte, kommt die Kommentare. Wir können schon mal hier gucken, was hier los ist. Wir haben jetzt also Paranoia bereits auf 4% liegen. Klar, es sind jetzt zwei Wochen vergangen. Das muss man also wirklich im Auge behalten. Und sobald es zu dem ersten Moskauer Prozess kommt, wird es hier richtig problematisch werden. oder wenn wir uns ewig nicht darum kümmern. So. Wir werden aber erstmal hier die Com intern machen. Das wird ja auch nochmal politische Machtpunkte geben. 35 Tage ist überschaubar von der Länge her. Und ich denke, wir werden bald etwas aus Spanien hören. Also vermute ich zumindest mal. Und dann müssen wir natürlich da auch noch reagieren. Einen Fokus für bereitstellen. 35 Tage. Nun ja, dann ist das eben so. Ja, das können wir jetzt erstmal auflassen. Das ist okay. Wir können jetzt hier zeitlich fortfahren. Jetzt haben wir hier auch, ja. Wir haben jetzt statt 0,66 0,74 Punkte politische Macht täglich. Weil wir nicht mehr so einen hohen Stabilitätsmalus haben. Also das macht sich direkt bemerkbar. Genau wie hier die Produktionszahlen. Ich glaube, vor der Folge hatten wir 10 Gewehre pro Tag. Jetzt sind wir bei 13,76. Die Produktionseffizienz hat nur gering zugenommen in der Zeit. Also ihr seht, wie stark sich das jetzt unterscheidet schon mit unseren Produktionszahlen. Ja. Dann habe ich hier noch den BA20 reingesetzt. Genau. Dass wir auch ein paar gepanzerte Wagen nachher produzieren, sobald eine Militärfabrik frei wird. Denn auch der wurden, glaube ich, 2000 Stück von produziert. Und der ist tatsächlich auch für fast alle Divisionen nachher wichtig. Als Aufklärungsgrundlage für die Aufklärungsabteilung von verschiedensten Divisionen gewesen. Also wir müssen irgendwie diese Dinger bauen. Ich habe hier schon mal Handelskonvois eingeplant, weil ich gesehen habe, dass wir hier mit der Logistik nicht hinterherkommen. Das liegt jetzt, glaube ich, an den Exporten. Da brauchen wir einfach mehr Konvois. Die können wir aber nicht zur Verfügung stellen. Weswegen unser Nachschub zum Teil tatsächlich jetzt hier bei den Truppen schwierig wird. Aber das können wir erst machen, wenn wir genug Werften zur Verfügung stellen. Die will ich jetzt nicht noch extra bauen. Das halte ich tatsächlich für nicht besonders sinnvoll. Ja. Und ihr seht, das steigt schön zügig an durch die 2%. Also das kann dann bald mit den ersten Säuberungen schon losgehen, noch bevor wir überhaupt hier an die Möglichkeiten kommen, diesen ersten Prozess abzuhalten. Und dann steigt es ja nochmal sprunghaft an. Also möglicherweise müssen wir dann vorher schon die Produktionsberichte erzwingen. So, was anderes passiert noch. Zweites Londoner Flottenabkommen wurde unterzeichnet. Delegationen aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan und den USA sind im Dezember 1935 zusammengekommen, um über eine Erneuerung des ersten Londoner Flottenabkommens zu verhandeln, welches die Anzahl und Größe von Kreuzern und U-Booten beschränkte. Die Verhandlungen wurden recht hitzig, als es um Italiens Krieg in Äthiopien und Japans Wunsch als ebenbürtig mit Großbritannien und den USA angesehen zu werden ging. Nun sind die Verhandlungen abgeschlossen und die Unterzeichnerstaaten haben sich auf Begrenzung der Größe von Schlachtschiffen und Flugzeugträgern verständigt, in der Hoffnung, ein weiteres ruinöses Wettrüsten vermeiden zu können. Warum schränken sie sich selbst so ein? Ja, wir haben nicht daran teilgenommen. Aber andere Staaten haben hier diesen Modifikator. Und das müsste jetzt... Genau, ihr seht also, die Kosten für Kreuzer, schwere Schiffe und Flugzeugträger sind jetzt beschränkt auf eine gewisse Zahl. Also es geht bei diesen Flottenabkommen natürlich auch um die Größe der Flotten, aber es geht vor allen Dingen um die Größe der Einzelschiffe. Vor allen Dingen der Capital Ships, also der Schlachtschiffe, der Flugzeugträger eben auch, der großen Kreuzer. Man will hauptsächlich, ja, wie nennt man das im Englischen? Displacement. Also man will eigentlich die Verdrängung der Schiffe limitieren auf einem festen Tonnagewert, damit riesengroße Schlachtschiffe, wie man sie eigentlich in der Zeit längst bauen kann, also über, ich weiß nicht, 40.000 Tonnen oder stellt euch Japans, ich weiß gar nicht, wie hieß denn dieses Schlachtschiff von Japan noch, das große, das habe ich gerade nicht im Kopf, also stellt euch so ein Mammutschiff vor, ich weiß gar nicht, was die Bismarck hat, hatte die irgendwie so 35.000 Tonnen oder so? Ach, müsste ich jetzt nachgucken. Auf jeden Fall unglaublich riesige Schiffe und das will man beschränken und will ein Wettrüsten, ein erneutes globales Wettrüsten damit eben verhindern, auch ganz spannend. So, wir nähern uns hier schon der Hälfte zu dem nächsten Fokusbereich hier, der uns auch nochmal schöne Machtpunkte gibt, das ist ganz wichtig. Und dann geht es ja bald schon weiter mit den Flügen über die Polarroute und dann der Stalin-Verfassung und dann dem Sinovjev'schen Terrorzentrum. Aber bis dahin sehe ich schon hier, müssen wir garantiert schon sowas machen. Das wird nämlich noch ewig dauern, bis wir da ankommen. Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Man wird so ein bisschen dazu gedrängt, das zügig abzuschließen, weil das natürlich eine ganz große Unsicherheit reinbringt. Aber das passt halt auch sehr schön zu dieser Phase hier, 36 bis 38, wo hier diverse Prozesse geführt werden, auch diverse Säuberungen und natürlich die ganz große Säuberung, die ich schon angesprochen habe. Aber ja, das findet jetzt eben währenddessen statt. So, ich mache mal hier eine Pause und beende die Folge. Ja, wir hätten heute vielleicht ein bisschen weiterkommen können, aber ich wollte jetzt zumindest euch einmal, und das ist ganz wichtig hier, dieses ganze Ding hier erklären und auch, was ich mit diesen Gesetzen und den Ratgebern und so weiter vorhabe, damit ihr so ungefähr wisst, wie die Reise weitergeht hier. Eine Sache habe ich nicht erwähnt, das mache ich dann in der nächsten Folge. Wir können nämlich zusätzliche Landerfahrungen nicht nur von unserem Stabschef Alexander Yegorow bekommen, sondern auch davon, wenn wir Armeen zum Teil trainieren lassen. Da werde ich mich dann beim nächsten Mal zu äußern. Und dann werden wir schauen, dass wir hier, ja, weiter bauen, produzieren und ohne Ende hier die Wirtschaft hochkurbeln, auch wenn das jetzt noch nicht ganz so schnell in den Gang gekommen ist, aber es wird jetzt immer schneller und schneller passieren. Mit Forschung, mit unseren Schwerpunkten. Also das ganze Forschung wird hier auch schon beschleunigt, wieder um drei Prozent extra. Also es wird jetzt einfach ein Stein nach dem anderen wie beim Domino umfallen. Und da sind wir am Ende hoffentlich vorbereitet auf den ganz, ganz großen Vaterländischen Krieg. Gut, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Euer Tastenhauer sagt Ciao, ciao. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017